Musik Ja servus und herzlich willkommen zum nächsten Video Ja wir haben... Was haben wir denn heute für einen Tag? Mittwoch! Mittwoch ist schon wieder Im letzten Video habe ich ja noch erwähnt gehabt dass mir so ein Blinzeltiegel über meinen Mähwerkschutz drüber gefahren ist Die Feder ist leider nicht mehr aufgetaucht Ich habe mir neue Federn bestellt Die sind auch schon verbaut Oh der Bulldog ist laut Achtet so muss das Ja er hängt wieder dran Ich habe noch ein wenig ausgedengelt Also er ist fast wieder gerade Besser als vorher auf alle Fälle Ja und neue Federn sind nah dran Die haben jetzt hier so eine schöne Halteschlaufe Kann man mit dem Finger schön rein Zum Ein- und Aushängen Ja ist ganz elegant Oben und unten habe ich gleich neu gemacht Ähm habe ich mir schon überlegt Ich glaube das System werde ich beim KL 300 dann wenn der Balken dran ist auch mal nachholen Nein der ist noch nicht montiert Bin ich noch nicht dazu gekommen Aber das wurde da dann auch gemacht Da mache ich dann auch neue noch Weil das ist nase alte ausgeleiert Wenn es nicht aufpasst Die Dinger wenn die aus der Hand flutschen Wenn die nass sind Also ich habe schon mal einen im Finger drinstecken gehabt Ich habe so eine Feder Die wenn ich mit dem Zug rein gehe Die steckt schon tief und das tut höllisch weh Von daher vielleicht nicht ganz verkehrt Ja Was mache ich jetzt gerade Ihr seht es ja hängt schon wieder vom Ladewagen Wie immer dasselbe Bulldog ist halt mein Hubschlepper Auch wenn der zugelassen ist Der kleine KA 15 Ähm Apropos KA 15 Ein herzliches Dankeschön An alle die beim Voting auf Instagram mitgemacht haben Oder wer da auch für meinen Schlepper gewartet hat Und gestimmt hat Also wirklich wahr Ich bin vorhin ganz überrascht worden Ich habe beim Krame Schönheitswettbewerb mitgemacht Der war auf Instagram Da macht Ich und mein Krame heißt der Der Niklas Ich und mein Krame heißt sein Instagram Account Der macht immer Einen Schönheitswettbewerb für Schlepper Und der war Krame Schönheitswettbewerb Und den habe ich mitgemacht Hab verschiedene Bilder eingeschickt Der hat sich eins rausgesucht Und es war der KA 15 Mit dem Eicherpflug Mit dem Roten unten auf dem Feld Wo es schon abends in die Dämmerung gegangen ist Wie ich da geackert habe im August Und das Bild hat es tatsächlich Auf Platz 1 geschafft Also ich muss hier an dieser Stelle auch sagen Vielen, vielen Dank Dass das Bild quasi gewonnen hat Also Respekt Hätte ich nicht gedacht Dass mein Kleines so weit kommt Ich hätte gedacht Naja, wenn du es vielleicht bis ins Viertelfinale dann einmal schaffst Ehrlich gesagt, ich habe es schon ganz sogar vergessen gehabt Dass ich da überhaupt Bilder eingeschickt habe Ich habe das schon wieder irgendwie total verdrängt vor lauter anderen Sachen Und jetzt habe ich tatsächlich den ersten Platz gemacht Also danke, wirklich Hut ab, freut mich Ja, der kleine Schlepper halt Es ist halt mein Ja Ja Mit der liebste Schlepper Sag ich einmal Klar, der KA 300 ist ein wunderschöner Schlepper Den fahre ich auch richtig gerne Ist eigentlich mein allerliebster für alle Aber wenn es ums Fahren geht Der kleine mit dem MWM Er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft Erinnert mich immer an die alte Käferwerbung Und er läuft und er läuft und er läuft Und ist nicht kaputt zu fügen Er hat zwar seine Macken Und jetzt gerade im Winter geht es mir ein bisschen schlechter Da hat er gesagt Kompressionen will er alles noch ändern Einspritzpumpe machen Die Ölziffer hier drüben muss gemacht werden Da ist der Deckel hier kaputt Ja, es sind ein paar Dinge zu machen Auch die Gangschaltung Aber das ist halt mein Kleine Der funktioniert, der macht was er soll Und ich finde immer wieder Vom Ladewagen oder vom Flug Der macht trotzdem ein richtig geiles Buch Das ist einfach ein schöner Schlepper Ist halt ein Kram Jetzt werden gleich einige Leute schimpfen Ah, Johnny ist besser Fint ist besser Auf der VAC oder sonst was Ne, ich mag den kleinen Schlepper Es gibt auch andere schöne Schlepper Will ich gar nichts sagen Aber der macht immer wieder Spaß Ja, ähm, apropos Ladewagen Ich habe gestern gemäht Hier rein Also viermal einen Meter 35 Macht äh Fünf Meter Also 5 Meter 40 Was ich insgesamt geschnitten habe Habe das alles geladen Und ich habe mir mal erlaubt Ich habe mal meine Messer eingeschaltet Ja Messer runtergeklappt Also hier aufgeschraubt Den Hebel runter Die Messer sind jetzt quasi vorne beim Kolben Sind reingeklappt Und ich habe das Kras Jetzt haben wir mit die A6 Messer Die vorhanden sind einfach Nochmal geteilt Wollte ich einfach mal probieren Muss man auch sehen ob das geht Keine Ahnung Und das hat funktioniert Ja Jetzt laden wir mal ab Die Viecher warten schon Die stehen schon hinten am Zaun Und eine Emma Die heult schon wieder Also ein Esel wenn du die Schreie hörst Vor allem sie Das ist immer so stöhnen So heulend Die freut sich immer wenn es Futter gibt Dann wollen wir sie nicht länger warten lassen Und bringen ihnen was Auf geht's Auf geht's Das war es Dann geht's Wir kommen Auf geht's Die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Ja, das sind wir soweit fertig. Der Ladewagen ist aufgeräumt, der Kram ist aufgeräumt. Ich habe noch eine Ladung drauf, die langt mir für Moingau noch. Ich habe vier Bahnen gemäht. Jetzt werde ich langsam aufmachen, dass ich fünf bis sechs Bahnen mähe kann. Der Grund ist ganz einfach. Das ist ja eh sicher. Das ist ja eh sicher. Die Ackerfläche, die ich zu bewirtschaften habe. Das sind zwei Felder. Die da unten hat ja fast drei und die andere draußen hat 1,22 oder so was in der Dreh ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich die dann auch noch dazu. Ja, dann sind es die zwei Flächen erst einmal und ob das nächstes Jahr mit den anderen Flächen klappt, weiß ich nicht. Der Vater ist eh nicht so ein Bau davon, wenn wir zu groß waren, weil wir haben scheinbar, zumindest laut ihm und laut Landwirtschaftsamt, ein wenig zu Sonderregelungen. Wir müssen teilweise Papierkraum nicht machen, den anderen machen müssen. Naja, egal. Neuigkeiten gibt es noch. Ich habe ja im Livestream mal gesagt, dass wir den K18 angeguckt haben, K18M und unter anderem auch eine Kartoffelschleuder und andere Maschinen habe ich gesehen. Und ja, die Kartoffelschleuder ist eine Schmerzer Kartoffelschleuder für die 3.0 mit Zapfwellenantrieb. Die wäre zum Verkauf. Da haben wir jetzt angefragt. Und das schaut so aus. Ja, er hätte jetzt wohl jemanden, der sie nehmen würde. Der würde 150 mit Zapfwelle zahlen. Wenn ich sie haben will, selber Preis, dann würde er sie hergeben. Jetzt haben wir schon gesagt, das wäre natürlich interessant. So eine 3.0-Getrieme. Ich brauche sie ja im Endeffekt nur für die Bamberger Handler. Für was anderes brauche ich die Schleuder nicht. Die Schleuder, die wir hier stehen haben, steht immer noch hier außen rum, ich weiß. Die hat der Großvater mal gekauft, bevor wir einen Sammerrohr gehabt haben. War die hier. Die ist nicht schlecht, die funktioniert. Vor allem jetzt, nachdem ich die Eisenringe runtergemacht habe. Einer ist da lieber da drauf, den anderen muss ja noch montieren. Also ohne Eisenringe läuft die auch perfekt. Geht ganz gut. Der Fahrrad hat aber gemeint, schöner wäre natürlich die für die Treibung, ganz klar. Zapfwellen getrieben, du kannst die Geschwindigkeit vom Schlepper herunterstellen und kannst hinten trotzdem schneller laufen lassen. Hier musst du ja doch ein bisschen eine Geschwindigkeit haben, dass es funktioniert. Das hat er schon gemeint, dann werden wir schauen, dass wir die hier weg tun. Also das gute alte Stück hier dann nochmal weg. Weil ich brauche ja einen Platz, wo die andere dann hinkommt. Klar, die ist kleiner, aber zu viele Maschinen auf dem Hof, das bringt ja auch nichts, als wenn ich hunderttausend Stück von irgendwas habe. Also zwei Kartoffelroten reichen. Einen für die Bamberger Handler Schleuder und den Samroroten für die anderen. Das wird wohl genug sein. Also brauche ich ja nicht noch eine dritte Schleuder hier stehen haben, die ich dann sowieso nie mehr verwenden tue. Und ja, ich sehe ein Gartenstellen als Ausstellungsstück, da ist er auch sehr schade für. Vielleicht ist ja der ein oder andere von euch dabei, der sowas sucht. Ich werde sie wahrscheinlich dann in die Kleinanzeigen ausschreiben. Deswegen müssen wir mal gucken, was die so gehandelt werden, keine Ahnung. Dann werde ich sie zum Verkauf anbieten. Und ja, so ist sie gut in Schuss. Gibt's nichts. Abgefettet worden ist ja immer. Öl hat sie drin. Die Eisenringe sind vorhanden, wenn man sie braun dreht. Verstellt war sie ja über die Handkörbel hier vorne einmal. Da kann man sie schwenken. Zum Beispiel hier rüber. Dann hatten wir hier noch den Bolzen zum Verstellen. Den Handkörbel hier. Dann ist noch so ein Aufreißer da, der quasi den Boden ein wenig vorreißt fürs Schauen. Dass hinten dann schön läuft. Ja, mal gucken. Da ist schon wieder ein Haufen Verkehr. Mal gucken, dann werde ich die da da weg tun. So ist sie in gutem Zustand. Ich meine gut, der Lack ist nicht mehr drauf. Die war auch einmal blau. So wie jetzt die, die ich dann kaufen werde. Aber, naja. Ich meine, die ist halt doch schon einige Jahre alt. Dann kommt die weg und dann werde ich mir die andere holen. Ja. Soviel dazu. Und jetzt wird es natürlich einige jucken. Brennend jucken. Was ist mit dem K18? Was ist mit dem K18? Sag, was ist mit dem Verdampfer? Also, mein Vater hat heute mit dem telefoniert. Einmal wegen der Schleuder. Und er hat dann auch nochmal angefragt. Ob er sich jetzt den Preis überlegt hat für den K18. Oder halt für den Verdampfer. Und, ja. Er hat jetzt seinen Junior gefragt, weil das ist eigentlich dem sein Bulldog wohl mittlerweile. Oder, da hat der so ein wenig Hände drauf. Eigentlich ist es seine, aber sein Junior hat den. Und, ja. Er will den eigentlich nicht hergeben, weil vielleicht könnte man ja irgendwann nochmal, dass man da drunter was macht. Und wenn er nicht hergibt, dann nur für einen fünfstelligen Betrag. Es war mir schon irgendwie fast klar, dass das wieder da drauf raus läuft. Also, ich weiß nicht, was manche meinen, ob die so ein Ding mit Gold aufwiegen müssen. Ähm. Ich habe es ja im Stream gesagt gehabt, beziehungsweise im Video glaube ich gesagt. Das ist ein Schlepper. Der ist 5865 Mal gebaut worden. Fast 6000 Stück. Alleine von dem mit dem Gültner Motor. Den gab es ja noch vorher mit dem GL Motor. Und dann kam der GW Motor. Und alleine mit dem GW Motor sind es fast 6000 Stück gewesen. Und von denen gibt es mit Sicherheit noch genug. Weil, wenn man sich so umhört, es sind wohl noch welche vorhanden. Ja. Also ich sage ja, es ist irgendwie ein wenig irrwitzig, wenn ich mir überlege, für so einen Schlepper dann vielleicht 10.000 Euro hier zerlegen. Oder wie Angebote im Internet drinnen stehen 12.000 Euro. Wir reden hier nicht vor dem Allrad Schlepper mit zweierlei Zapfwellengeschwindigkeiten. Mit Fronthydraulik, Heckhydraulik. Und vielleicht noch eine Frontzapfwellen. Und vielleicht noch dazu einen Frontloader. An Gebrauchten aus dem Baujahr. Zumal es das eh nicht gibt. Sondern wir reden hier von einem Wasserverdampfer. Mit einer Anhängerkupplung hinten. Mit einer einfachen Ösen vorne. der kein Mähwerk mehr hat. Das man erst ziehen muss. Der weder eine Zapfwelle noch eine Hydraulik hat. Und für so einen Bulldog. Ich meine, ich möchte ihn auch in der Landwirtschaft einsetzen. Du hast nicht viele Einsatzmöglichkeiten. Wenn du das Mähwerk auftrittst, kannst du mit Mäher. Und wenn du an Hänge hinten noch hängst, kannst du an Hänge ziehen. Das war es dann aber auch schon. Mehr kann das Ding ja nicht. Die Riemenscheibe könntest du vielleicht noch nutzen für die Dreschmaschinen. Okay, die steht aber im Stottel drinnen. Also ist das auch schon nicht möglich. Was machst du dann mit dem Ding? Also, wie gesagt, das ist ein Kosten-Nutzen-Faktor. Das macht keinen Sinn. Und das ist jetzt auch kein so seltenes Sammlerstück, dass man sagt, der ist so viel wert. Ich habe, wie gesagt, die Kramer-Kollegen nochmal gefragt. Und ich habe auch mit gewissen Herrschaften telefoniert, die sich da auskennen. Und die haben gesagt, also mehr als 4.000 ist so eine alte Kiste nicht wert. Da ist er zu oft dafür gebaut. Der realistische Preis in dem Zustand, für das, dass die Lichtmaschine fehlt, für das, dass der Riemen von der Lichtmaschine fehlt, für das, dass vor den Blinkern noch was fehlt, das macht keinen Sinn. Ist zu teuer. Realistisch wären es 2.000 bis 3.000. Maximal. Tja. Das wäre, wie gesagt, da so das gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, lasse ich mal eingehen. Aber, ne, wenn der da schon kommt mit dem 5-stelligen Betrag, also tut mir leid. Das ist mir ein bisschen zu arg. Das nächste ist dann, du brauchst eine spezielle Batterie. Das ist eine 6-Volt-Batterie da drauf, also quasi so eine Motorrad-Batterie. Für die Lichtanlage, die der hat. Eine Lichtmaschine müsstest du organisieren. Speziell dafür, die ist ja auch nicht mehr da. Wie gesagt, das ist... Mann, wenn wir die Kartoffelschleuder dann da oben abholen sollten. Ich werde nicht das noch einmal sagen, was ich jetzt quasi ausfindig gemacht habe. Ich werde noch einmal versuchen zu bohren. Aber ich würde mir eher tippen, das wird nichts werden. Das können wir ablöten. Schade. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Mich hätte so ein Verdampfer durchaus gereizt. Hätte ich richtig Freude daran gehabt. Aber ich gebe keinesfalls... Max, denn du! Schaust aus wie eine Sau. Ich gebe keinesfalls einen 5-stelligen Betrag für so einen Schlepper aus... Einen kleinen 3-Stelle... Einen kleinen 4-stelligen Betrag. Ja, aber... Einen 5-stelligen... Da oben. Tut mir leid. Also, mein Besten Willen. Ja, das wollte ich jetzt an der Stelle auch noch gesagt haben. Weil es ja mit Sicherheit Leute gibt, die sich dafür interessiert haben. Oh, vielleicht kauft er sich den. Ich meine... Ich bin ja der Krame-Opa quasi unter die YouTube-Kollegen. Das hat der... Wer hat denn das einmal gesagt? Ich glaube der Peter, der Country Life Germany hat einmal gesagt. Krame-Opa, weil du zwei Krame hast. Und... Ja, also der Krame-Opa... Bin ja auch der Älteste von uns quasi. Der... Zwischen... Drei-Zylinder-Power, Country Life Germany... Bin ich jetzt der... Der Älteste quasi. Und auch der... Der Modelleiche... Ist ja jünger. Deswegen bin ich der Krame-Opa. Da habe ich sie schön in meine Gruppe reingeschrieben gehabt. In die WhatsApp-Gruppe. Ja, der Krame-Opa kauft sich jetzt quasi den Krame-Opa oder den Opa-Kramer. Naja. Wie gesagt, das wäre... Wunschraum, so ein Verdampfer. Wäre was Schönes. Aber auf keinen Fall für so einen Betrag. Ich sage auch, der Vater, der hätte am liebsten immer einen Allgäuer R22 gehabt. Also den ohne Haube. Den offenen. Mit dem Kälble-Motor drauf. So was würde ihn ja richtig reizen. Bei denen schaut es aber genauso aus. Die sind vom Preis her einfach zu teuer geworden. Für das was sie können. Weil die haben ja noch nichts drin. Die Schlepper. Und ich meine... Warum soll ich mir was herstellen, was nichts kann? Achso. Und wenn jetzt jemand schimpft. Im Hintergrund macht es fort einer Patsch, Patsch, Patsch. Das ist das Zaungerät. Und ja. Das ist halt nun mal im Stall. So. Ich mache jetzt die Viecher. Und dann... Ist Feierabend. Und dann... werde ich das Video später schneiden und hochladen. Und dann sollte das theoretisch morgen am Freitag, den 8. um 16 Uhr ganz normal gekommen sein. Also wenn ihr das jetzt gehört habt, dann habt ihr das Video definitiv gehabt. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Und... Ja. Gehabt euch wohl. Man hört sich wieder. Nächste Woche. Vielleicht gibt es dann was zu sehen. Vielleicht habe ich die Schleuder bis dahin. Mal gucken. Vielleicht gibt es dann nochmal Neuigkeiten. Aber... Wie gesagt. Ich würde mal eher sagen. Das 4-3-3-4 Fahrzeug da. Wunschraum. In Weideferne gerückt. Können wir vergessen. Wäre wie gesagt schön gewesen. Aber... Tja. So ist sowas heute. Gut. Ich wünsche euch jetzt was. Und... Man hört sich wieder. Schönes Wochenende. Servus.